Gut, dann müssen wir uns... Wer möchte den Robert an die Hand nehmen? Da gibt es eigentlich nur einen, für den das hervorragend kann. Glorreicher Swingfire. Genau, das ist schön, dass du dich direkt freiwillig mitnimmst. Sehr gut. Okay, Viper 3-2 ist bereit für Taxing. Viper 3-1, Taxing, Runway, äh, fangen wir mal an. 2-0. Copy. Taxing, Runway 2-7. Viper 2-2, ready. 2-2 ist, Robert. Oh, Entschuldigung, ich dachte, 2-1, 2. Viper 3-2 ist rolling. 1-1, Request start-up. 2-2. An. Viper 3-2, holding short, Runway 2-7. Viper 3-1, takeoff checklist complete, takeoff, Runway 2-7. 1-2,iao position. Schaff 1, 2, roll position! Party at 1, 1, ready for take off! Schaff 1, 2, roll position! Myrloh 3, 2, is lining up on runway 27! Schaff 1, 2, roll position! Werf das Runge-up! V-31, turning to V-1, switching channel 123.5 V-31, Fence in, Fuse State, wo ist er denn? 9400 Okay, ich habe SA-8 auf dem RWR Ja, Roger, ich habe oben Lösen wir mal Formation aus, ich gehe ein bisschen nach links, du gehst ein bisschen nach rechts, aha, schon, okay, super Ich habe zwar erst, ja, ich habe PGM-2, Rifle auf SA-8 Nee, Magnum V-31, Magnum V-31, Magnum Ähm, ich habe die zweite SA-8 F-32, Magnum, zweite SA-8 Ich kann kein Ding sehen, also ich kann keine Explosion sehen A5-1, turn hot on 0.5 T-33, Magnum, zweite SA-8 T-33, Magnum, zweite SA-8 T-33, Magnum, zweite SA-8 Boah, Alter, ich habe hier gerade echt Probleme Ähm Was hast du, RTL? Ich weiß nicht, ob ich die erste SA-8 getroffen habe Ich weiß nicht, ob ich die erste SA-8 getroffen habe Ich habe noch einen Target hinbekommen Von der OSA Von der OSA ist noch, glaube ich, das ist noch diese Gag-8 Ja, ja, das ist die, ja V-32 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 1 im Dock Und, ähm, ich glaube 3 liegen an V-32 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 Fence in V-32 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 V-33 Ziele auf SA-8 V-34 Positiven Kompakt. Andi, gehst du auf die dritte SH-8? Zoom-Level Drehwegler. Ja, ich dreh Kartfeld. Enfield 2-1, Overlord 1-1, clean. Tiveway. Ich greife die Flaranstellung an. Flaranstellung gefeuert. Ok, Wiper 3-1. Wiper 3-2, Magnum. Wiper 3, ich hab hier noch eine SH-8 auf dem RWR. Wiper 3-2 ist dran. Flaranstellung. Good hits. Flaranstellung. Wiper 3-2 meldet. Hit on target. 59% beschädigt. Ich denke, es sollte reichen für die SH-8. Positiv. Flaranstellung. Ok, da steht... Da steht immer noch eine Retzky, die kenne ich nicht. Das sagt mir überhaupt nichts. Haben Radarkontakt von einer Retzky? Kann mir jemand sagen, was das ist? Retzky ist russisches Schiff. Freikartelklasse. Danke. Ja, dann Rifle auf das Schiff. Wiper 2, zwei Schiffe im Hafen. Wir würden die angreifen. Positiver Einschlag auf das Schiff. WIPER 3 hat Fregatte beschädigt. also werden dann nur eingeschränkte möglichkeiten die 3 sa 8 stellung sollten soweit bestätigt sein dass wir für uns keine bedrohung mehr darstellen wiper 32 holding orbit 25.000 fuß über wegpunkt 3 luft luft rolle einnehmen wiper 3 nimmt luft rolle ein luft luft rolle ein und 25.000 fuß orbit über wegpunkt 3 ja ist gut und denkt dran wenn da irgendjemand angreifen schiebt nicht mit amrams ab lasst mich hier bei passiv durch ja ja all flights atv wiper 3 copy wiper 2 confirm atlas 2 copy wiper 3 steer point 1 roger wiper 3 35.000 knots pontiac 1 1 check landing gear wind 041 at 0 meter per second runway 207 8 5 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 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 9 9 9 9 10 5 5 2 5 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 4 5 5 5 5 6 5 5 6 Last turn, dann downward. Rf31, final turn. Rf31, short final, runway 27. Rf32, on base, turn. Viper22, turning left base. Runway 27. Viper22, turning final, runway 27, full stop. Rf31, touchdown. Rf32, short final. Viper22, final. Viper32, abort. Viper22, line up, final, behind 22. Rf31, runway clear. V열 23. D, we'll now go. Rf32, curve to effect. Rf32, number, eight! Drag- est- welche, let's see, at this better? Es ist besser als. Alter Space. Viper 3,2. Base turn to downwind. Danke, das ging. Ja, ist in Ordnung, die haben wir kurz gesehen. Flight Viper 1 ist kurz in Ordnung. Viper 2, short final. Viper 2,2, runway pick headed, taxi to Ram. Atlas final, runway 27. Und die rufe fertig habe wird, LKW-2 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 vs. use LKW-2 LKW-3 LKW-3 LN-KW-2 die ich hier eingebaut habe. Ja, so ist doch gut, denn bist du jedenfalls überrascht. Stimmt. Viper 32 ist wieder einsetzbar. Okay, dann Taxing runway 27. Rearming complete. Roger. Viper 22, take off. Viper 31, holding short runway 27. Viper 31, line up. Viper 32, holding short runway 27. Viper 22 airborne, switching to 125. Viper 21, copy. Viper 21, take off checklist complete. Take off runway 27. Viper 32, line up on runway 27. Achler, zwischendor on Viper. Viper 1. Altitude. One, copy. Viper 31, take off gear up. Switching to 123.5. Viper 3. Fence in. Fence in, fuse state... 9000. 9000, not. Fence in, fuse state. 9900. Pushing waypoint 8. Fence in, copy. Form survey, times 4. Turning out left. Fence in, copy. Form survey, times 4. Ja, so verstanden. Ja, so verstanden. Äh... Ziel ist dann auf Austrian Waypoint jetzt. Wieder 5, oder? Äh... Verfrischend, Robert, ja. Altitude, aber 4 Bomben sind unterwegs. ... 8000? No... More患. No. 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 Die Lagerhalle und die Baracken links daneben. Auf der vor See gerandten Straßenseite. Ich höre es doch gerade im Hafen, wo es Ihnen bis hier ist. Okay, wo ist es dann vom Hafen aus gesehen? Vom Hafen aus gesehen in Richtung zu uns, in Richtung See. Da ist ein Lagerhaus an der Straße. Siehst du das, gegenüber von dem Hubschrauber. Da kommt der Tank und dann kommen Baracken und ein Lagerhaus. Lagerhalle. Lagerhalle sehe ich nicht. Siehst du die Lubschrauber? Siehst du die Lubschrauber? Ja, Robert, wenn du was willst, schmeißt du auf. ... ... ... ... ... Gute Hits on target, Engaging, Police Station at 2.7 W.8TV Station habe ich, ich mache nochmal einen Flug, gibt es auch weiter, dass ich die W.8TV Station angreife. So verstanden. Engage at will. Roger. Gute Hits on. W.3.1, hier, Target at W.6 destroyed. W.3.2, Engaging, Target at W.8. W.3.1, Fyrton, 2.1. W.4, II.1. Siehst du den Hafen mit den Schiffen denn ja, ne? Ja klar, den seh ich schon. Ja, ich glaube das raucht auch ziemlich gerade. Hast du dir den Target-Cont mal auf White-Hot oder Black-Hot gestellt? Ne, aber das kann ich jetzt machen. Ja, okay, jetzt ist es auf White-Hot. Ja, siehst du heute. Ich habe mich gerne gefragt, warum siehst du das nicht? Jetzt gibt es mir wirklich schon von den Augen. Jetzt wirst du es viel besser sehen. Ich kann auch Laser-Squatch-Searchen. White-Hot 32, turning hot to WP-8 on target. Copy, WP-31 engaging Police Station at WP-7. Anfrage, Angriff auf Schiffe im Hafen. WP-31, Paveway. Quadив WP-2. HOT F magician. Ok. Untertitelung des ZDF, 2020 5132, PFA 2x 5131, Shaq 5131, Target destroyed at 0.6 and 0.7 5131, Overlord 1, 1, clean 5131, holding orbit above 0.8 1, 2, 3, 4, 5131, Viper 2, 1, Pessé. Viper 2, 2, Wichester. Viper 3, 2, Pessé. Jetzt hat es geschnasselt. Ich wollte gerade sagen, jetzt auch wirklich. Aber witzigerweise habe ich jetzt diesen Cue gar nicht gesehen. Zumindest ist es mir jetzt nicht aufgefallen, ich habe die ganze Zeit ums Hand geguckt. Das ist interessant, weil das hatte ich tatsächlich bei meiner Pessé 3 auch nicht. Schiff zerstört. Ah, ich sehe positive Impacts. Check. Ja, check. Ich habe die letzten 2 auch noch rausgehauen. Aber der Turm steht immer noch. Mach mal so, wirfst du noch eine auf den Turm, direkt auf die Base von dem Teil. Viper 2, Pushing Waypoint 2. Und das andere spaßt du dir für Wegpunkt 9 auf, also wirfst du jetzt Einzelne ab. Ja, copy. Viper 1, 1 für Viper 2, 1. 1, 1. Viper 2, 1. Ordnance empty. Question tasking or RTB. Ja. Sigmar RTB. Ganz gemächlich. Aber opach. Opach. Könnte noch was kaufen, vielleicht. Wir haben auf 80 Meilen Entfernung noch 2. Good Payway habe ich. Atlas ist allein Kobi dran, 40 Meilen ist ein L4. Ja. Da sind T-Ray, dann tatschlich mehr dran. Ok, also Viper 2, RTB. Viper 3, 1, supporting R2R. Moment, mein Name ist auf knapp 35, glaube ich. Ja. 15.970, at 15.000 knots. Viper 2, da kommen noch Bandits aus einer anderen Richtung. Copy, wir kümmern uns drum. Viper 3, 2, Luftrolle einnehmen. Ja, da waren noch Daten. Jetzt stößt sich die andere Viper da drauf. So, verstanden. Viper 2, T-Ray, das ist ein Fuel-Tanks. Viper 2, 2, Fuel-State, knapp über 4. 2, 1, Fuel-State über 6. Auf ganz. 3, 2, Fuel-State über 7. 4, 3, 2, Fuel-State. 3, 2, Fuel-State! 3, 3, 2, Fuel-State, knapp über 10, Audit! 2, Fuel-State, knapp über 10, 10, 10, 10, 11, 10, 11, 14, 11, 11, 11, 11, 11, 12, 11, 14, 12, 13, 11, 14, 20m. FOX-1 auf Heigei Clash Ich hoffe es wird dem unteren, habt ihr den? Schau ihn! Ok, dann hau raus! Ja, dann geht's ab! Treib Anni engaged at well Copy Es sind noch welche weiter im Land bis in der Wind Korn Atlas, was ist noch Munition? Atlas hat noch eine FOX-1, zwei FOX-2 4200, genug Viper-2, boogie inbound Viper-3, FOX-3 Viper-2, FOX-3 V-3 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 Viper-2, MT-X-33 A HU-E Viper-2, 1 geht Nord-Ost Auf 20.000 ft Weibau 32 hat keinen Kontakt mehr 1 4 3 5 at 20.000 knots Geht jemand auf den Nordöstlich? Viper 31, Fox 3 Viper 3 bitte wiederholen Viper 31, Fox 3 auf den von Andy, also den Andy auch angreift, passt aber Viper 31 Ist das der im Norden? Ja Nordosten ist das, genau Auf 014 Ok, bin hinter euch Viper 3, Fox 3 Atlas kommt nicht durch den Schimmer durch Ja, die Die Distanz stimmt auch nicht, wie es in der Fall ist Ich werde weg Kurz, gleich im Norden Ich werde angegriffen Ich auch Ich auch Ich habe kein Visual Kein Tally Ich Ich gehe mal unter die Wolkendecke Overlord 1 1, Pontiac 1 1, Request bogey dope Ja, blau Ja Ich habe zwei Einladen Ich habe zwei Einladen Ich habe zwei Einladen Ich habe zwei Einladen Die Flur Ich habe drei Einladen Die Flur F2 F2 Fox 2 wieder, Splash 1 Ja, Splash Splash 1 V-31, Fuse, Date 3.6 ist RTP Ja, wir sind alle tot, fliegen wir nach Hause Ja, Copy, Warnersucht 3, 36 V-31 ist Winchester, Winchester Alice V-31, Winchester Alice Ja, da gibt es bestimmt auch einen Begriff für, oder? Ich habe irgendjemand gesagt, dass Winchester ist, wenn alles leer ist Ach, wahrscheinlich sagst du Winchester, wenn alles leer ist, oder Winchester, GBU 12, GBU 24 oder so, wenn du bei bestimmten Waffe Winchester bist Ah, das kann doch sein, ja, aber es geht gut Ich bin wirklich, hier ist gar nichts mehr zu wollen Ganz hätte ich noch, aber das ist relativ witzlos Ja, ich hätte jetzt noch den PFO hätt ich noch gehabt, äh der GBU 12 und ähh äh 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 ähä genau ich bin so ungefähr auf der 5 oder 6 Uhr Position, ich seh die schon, ich hab die schon beschwöre ok, was kommt hin, wieviel fuel hast du noch? 2.9, äh 2.8 hab ich ahja das deckt sich ja mit meiner, ich hab auch 2.9 Pontiac one one, cleared for visual, contact tower Pontiac one one, request landing Pontiac one one, cleared to land, runway two seven, wind zero four one at two meters per second 10.9, drop die, 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 5.3.1, overhead brake. Gear down. Gear down. Gear down. Gear down. Gear down. Gear down. Base turn. Gear down. Gear down. Gear down. Gear down. Also irgendwie stehst du gerade bei mir unter Luft. Wahrscheinlich enttäuscht das jetzt nur. Oder du bist raus. Ne, ne, ich geh raus. Geh raus. Geh raus. Geh raus. Geh raus. 5.3.1. Uh wepper 3.1. Wepper 3.2. On final.. Wepper 3.1 short. Final. Wepper 4.1 short. Wepper 5.1 short. Wepper 7.1. Touchdown. Und dann geht's. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020